Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr im Theater-Modus das anstellt, so groß ungefähr ist das bei mir. Also, es scheint, als müsste ich darüber, aber... Dann können wir erstmal hierher gehen. Uh, spielen. Nein, da kann man nicht über die Wand rausspringen. Ja, okay, aber das ist auch normal, Jimmy, oder? Bei dir würde alles ruckeln, bei dir. Ah, doch, da haben wir eine H-Klammer, ha. Dann hat sich das schon erledigt. Dann knacken wir jetzt den Safe da hinten, würde ich sagen. Ich bin halt mit dem Spiel auch noch nicht ganz grün, muss man offen sagen. Und die Idee mit diesem Spiel sollte ich mal ändern, weil das war dafür gedacht, weil zu dem Zeitpunkt, als ich die ganze Zeit Pokémon gespielt habe... So, als ich Pokémon gespielt habe, war nicht viel los. Und alles raus mit den Quick-Saves. Wie macht man nochmal Quick-Saves? Äh, ich wollte aber jetzt da hinten hin. Zu dem Mannequin. Also, wie gesagt, die Sachen mit, ähm, mit dem nächsten Spiel, das muss ich jetzt auch mal ändern. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit nicht wirklich darum gekümmert, weil auch... Offen gesagt habe ich jetzt aktuell die höchste Zuschauerzahl der letzten paar Wochen. Stimmt's, Jimmy? Das müsste, glaube ich, insgesamt die höchste Zuschauerzahl der letzten paar Wochen sein. Wenn ich's... Wenn ich's richtig sehe. Okay, hier ist wohl das Zentrum der Stadt. Fünf... Juhu, hat funktioniert. Äh, in welche Richtung jetzt? Das sieht mir eigentlich sehr nach... ...einer Richtung aus. Oder muss ich zu dem leuchtenden Ding? Schauen wir mal noch bis 10 rein. Vielleicht findet sich ja sonst noch irgendwas. Ich glaube, da steht jemand, aber da oben ist nur eine Statue. Oh, Kronkorken, Simpacks. Ein... ...wilder Mischling. ...und ein Reiter. Ha, ha, ha. So klug bin ich da auch. Ja, aktuell... Ja, drei sind's. Okay, das ist nur ein Stück Holz. Das ist schon ein Rekord von den Zahlen her. Das ist sehr deprimierend. Verdammt, ich dachte, ich könnte den werfen. Okay, da ist ne Rakete und da ist ein Red Rocket. Ich grüße den Hund. Wie mach ich das? Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Äh... Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Juhu! Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Befehl zu erteilen, Visierer einen Ort mit einem Erejekt oder einem Gegenstand an. Äh... Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Äh... Gegenstände? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Hund hat nichts gefunden. Okay, hat der jetzt die Tür aufgemacht? Wär... Ziemlich krasser Hund. Was? Äh... Wow, 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 was ist denn hier los? Okay, das hat mich jetzt erschreckt. Ja, danke, äh... Das liegt aber, das liegt aber an, an, äh, daran, dass PC auf seinen höchsten Einstellungen, äh, das versucht hat. Glaub ich zumindest. Ach, die haben sich einfach aus dem Boden gegraben. Ich mein, das größte Problem an Twitch ist ja, im Vergleich zu, äh... Ähm... Im Vergleich zu, äh, was kann ich jetzt machen, gebackene Fliegen... Äh, im Vergleich, Twitch im Vergleich zu, zu dem, was wir hier haben. Äh... Äh... Ja... Twitch hat halt eine Einschränkung, das ist halt... Äh... Äh... Ein großes Problem. Äh... Äh... Rüstungswerkbank, okay... Wie siehst du denn aus? Hey! Warte da! Komm schon! Ähm... Handel? Kötter, wo es haiert, KLMN, O.P. So. Äh... Hey! Halt! Bleib stehen! Und los! Wie geht's dir, Kumpel? Äh... Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Oh, er kann ein Männchen machen. Aufgepasst! Äh... Handeln. Okay, ich kann dem Hund irgendeine Hitschei... Irgendeine Hitschei anbieten. Benutze Hunden mit Grill. Haha. Ja, das wäre adventure-technisch wahrscheinlich sogar ein Obmann. Der Sprit war aber billig. Aber es gibt keine Zapfsäulen. Ach nee, da sind sie. Zigarettenautomat. Kann ich den füllen, eigentlich? Ich kann den sogar wirklich füllen. Äh... Ich kann den zigarettenautomat wirklich füllen. Ah, und ein Nook. Wahrscheinlich gibt's denn solchen Automaten des öfteren dann irgendwas. Oder wir nehmen Drogen. Die wir aus... Keine Ahnung, was zusammenpasst. In Heilungen können wir sogar auch... Oh, eine Bluetooth-Spritze. Äh... Ja. Das liegt aber nur an mir, Pi... Äh... Jimmy. Äh... Ah, je. Ja, den Hund, den... Ich hab jetzt bisher kein Problem. Ich spiel das zum ersten Mal. Ich hab nichts dagegen, dass der dabei ist. Ich hätte wahrscheinlich die Maulwurstleute nicht erkannt, bis sie mich um... 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 als ob da nichts gestellt hätten. Aber... wohin... geht der Hund eigentlich? Ich will zu dieser... Station da hinten. Äh... Ach! Da ist sogar wirklich was. Na? okay das okay naja ich hoffe du bleibst hier aufgepasst aber auf jeden fall haben die viecher irgendwas gemacht ja der kubot mut immer dasselbe dessen dem muss ich noch mal umstellen aber ach du scheiße zweikäpfige kühe das sieht nicht gut aus wenn der hund so rummacht sieht nicht gut aus ich habe angst ja schleichender charakter ist unpraktisch mit mit begleitert weil die meisten doch etwas die die sie sind einfach so aggressiv okay jetzt stellen wir mal das um so jetzt habe ich mal umgeschrieben der timer minimum cooldown ist mal 600 irgendwo anders muss ich das einstellen irgendwo gibt es diese wiederholung von dem command die muss ich mal das muss ich aber gucken wie das normal war da konnte man irgendwie die die anzahl der das kommt man doch irgendwie einstellen der command time aus der service minuten pass bevor triggern 10 jet lines 50 so safe das stimmt nicht ich streite alles ab du kannst mir nichts beweisen alles zu solange hier keine viecher rumlaufen ist alles in ordnung power overwhelming genau das kann jetzt etwas länger dauern bis es dicht wow und zu mir hey wow okay okay der ist viel zu weit entfernt aber der der die beiden wurden verküppelte dass du nicht mehr rennen kannst heilere körperteile mit einem stimpack äh äh null und wo sind die typen jetzt aus schieß ich noch ich möchte aber also irgendwie funktioniert es mit diesem komischen system nicht so auch jetzt aber so auch äh zeitreisen für anfänger die laser muskete okay ich habe zwar jetzt nicht gelesen was da alles links oben stand weil ich das irgendwie nicht mitbekommen habe aber da wenn die freiheit ruft laser musketen können aufgeladen werden wenn du wiederholt er drückt desto höher der schaden aber da muss ich erstmal die waffen auswechseln äh wo ist die ballistische energie strahlung oder gift laser skaten okay äh und was muss ich jetzt machen wie komme ich nach oben das sind nackte wups okay ich bin total verwirrt ach okay ich habe doch noch einen erwischt aber ja und wo ich will die ganze zeit nur gescheppere aber weiß nicht wo also äh ich spiel mich verwirrt ah äh äh so so und irgendwie macht das keinen schaden oder habe ich das so macht zumindest wenig schaden gefühlt ach hallo hund wie bist du denn hierher gekommen lasst uns verdammt nochmal verschwinden ach ich habe den arsch gefühlt ach 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 das lasse ich jetzt mal gar nicht zu ach ach mein arme hundi alles ok mit dir? aufgepasst wie gehts dir kumpel kann man den heilen? ja jo gute nacht ich werde auch bald ausmachen deswegen wirds nicht so lang laufen aber ich muss die waffen wechseln so so erstmal gucken wo wir hier überhaupt hinkommen weil geschossen wird ja aktiv nicht mehr so so jetzt äh kopf so das äh cheat rein so so erstmal alle immer wieder äh entkleiden Mann ich weiß nicht wer du bist aber dein Timing ist perfekt Preston Garvey von dem Minutemen des Kamerwalds Minutenmann äh Minutemen reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen ne das war die Idee also habe ich mich ihnen angeschlossen um was zu bewegen aber alles fiel auseinander jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman wer sind diese Leute? Leute die nach einem neuen zuhause suchen einem Neuanfang ich bin seit Quincy bei ihnen Lexington sah eine Zeit lang gut aus aber dann haben uns die Gule vertrieben vor einem Monat waren wir 20 gestern 8 heute sind wir 5 nur ich die Longs Marci und June und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy und das ist Sturges Gule? was sind Gule? du bist wirklich nicht aus der Gegend was? Gule sind verstrahlte Menschen die meisten sind wie du und ich wir sehen heftig aus und leben lang aber es sind trotzdem Menschen die von denen ich rede sind andere die Strahlung hat ihre Schirme verfaulen lassen sie wild gemacht sie falten dich in Stücke sobald sie dich sehen naja wir dachten Concord wäre ein sicherer Ort die Raider sind der Gegenbeweis aber wir haben eine Idee nicht hoffentlich eine gute hoffentlich eine gute Sturges Dach ist ein abgestürzter Vertibird alt Vorkriegszeit hast du vielleicht schon gesehen sieht aus als hätte einer der Passagiere was richtig tolles zurückgelassen eine komplette unbenutzte T45 Power Rüstung fürs Militär eine Power Rüstung das ist wahrscheinlich das was man in der in diesen Werkstätten auch das macht diese Power Rüstung so besonders dann bekommen die Raider eine Express Fahrkarte in die Hölle was meinst du Minigard hört sich gut an Warum nicht? sie hat einen manuellen Abzug ziel einfach auf die Bösen und lass ihnen Kugelhagel sterben und die Rüstung? sie hat keinen Saft wahrscheinlich schon seit 100 Jahren sie kann mit Energie versorgt werden aber wir stecken fest äh äh also wie sieht die Lösung aus? du brauchst einen alten Vorkriegs-FK einen Standardfusionskern eine hochwertige langlebige Atombatterie wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet aber wir kommen nicht in das Ding ran es ist im Keller weggesperrt hinter einem Sicherheitstor also ich repariere Sachen bastel rum das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist mein Metier du könntest es probieren wonach sucht ihr nochmal? nach einem Pusionskern ist so eine Art Oh schöne Lippenbewegung damit haben sie früher hier im Museum die Ausstellung mit Strom versorgt es gibt einen im Keller hinter einem Sicherheitstor du musst das Schloss knacken oder den Computer hacken um es zu öffnen das kann nicht so schwer sein mal sehen was ich tun kann und was mir auffällt Blackfish Gate ist wahrscheinlich der 112te steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun dann sehen die Raider dass sie sich mit den Falschen angelegt haben viel Glück kann man eigentlich irgendwie auch Waffen da reinsetzen ok ähm vorsicht Kind es kommt was und es ist wütend wen hat Dark Meat uns denn da gebracht Dark Meat äh ok ich setze mich jetzt mal in meinem PC und schreib etwas tipp 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 Langfingern? Langfingern? Achso, jetzt verstehe ich... Oh, Entschuldigung. Ah, okay. Wenn ich mich gedruckt aufhalte, dann versuche ich die zu beklauen. Okay. Jo, da das alles geklappt hat und da das, wie es scheint, auch einigermaßen flüssig lief, wird es vielleicht in nächster Zeit dann was Neues geben. Oder was Aktuelleres. Ich meine, das hier ist aktuell und neu, aber meine Stimme fehlt mir. Deswegen habe ich auch nicht viel geredet. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Nacht. Und vielleicht sehen wir uns erst das nächste Mal zu Fallout 4 mit einem richtigen Stream und nicht nur einem plumpen Test.